Hör doch mal zu, ich wollte dir den Frisbee nicht klauen. Ich hab gedacht, das sind Pizzas, die sich im Flug begatten. Hey, elender Hundebulle, hey! Hey, Wahnsinns Pulli, ist der neu? Nein, schon tausendmal gewaschen mit Per Woll. Wohl auch noch in der Maschine, hm? Ja, das neue Per Woll ist ausgezeichnet für die Maschine. Tausendmal gewaschen, schön wie neu. Das nehm ich auch. Per Woll, damit's wie neu bleibt. Sogar in der Maschine. Homefries von McCain. Schmecken wie frisch selbstgemacht. McCain weiß, was du wirklich willst. Hi! Hallo Schatz, hast du etwas, um unseren Husten zu stoppen? Es ist besser, den Husten nicht zu stoppen. Ich habe extra Mukosolvarn mitgebracht. Das löst euren Husten und kuriert ihn aus. Unterdrückt man den Husten, unterdrückt man die Heilung. Mukosolvarn dagegen löst festsitzenden Schleim und beseitigt diese Ursache des Hustens. Mukosolvarn löst den Husten und befreit die Bronchien. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Mit frischer Vollmilch kann man unterschiedliche Sachen machen. Joghurt, Quark oder Milchschnitte. Viel frische Vollmilch, etwas Honig und zwei locker gebackene Schnitten aus Weizenmehl. Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Entschuldigung, ich glaube, das ist mein Auto. Darf ich das freischaufeln? War mir ein Vergnügen. Von Herzen. I love Milka. Coca-Cola Light. Just for the taste of it. Meine Mutter hat noch Erdbeere, aber meine Schokoraspirsch. Schmeckt in mehr als 30 Sorten. Cremig, fruchtig, frisch. Almigod von Ehemann. Keiner macht mehr an. Hey, wer bist du denn? Der wahrscheinlich ärmste Roboter der Welt. Spannungsbarometer fällt. Spieltrieb 0, Sensoren melden Schokobedarf. Da gibt's nur eins. Kinderüberraschung, Spannung, Spiel und gute Kinderschokolade. Galaktisch! Tja, so sieht's aus. Wer bis 30. Elften einen T-Online-Pro-Jahresvertrag abschließt, zahlt außer drei Pfennig Telefongebühren die Minute drei Monate lang nichts. Und später zusätzlich nur 19,90 Mark monatliche Grundgebühr. Infos 0800 33 05 500. Strom von Elektra Direkt heißt Strom schon für eine Mark pro Tag. Rufen Sie jetzt an 080 5 4000. Strom schon für eine Mark pro Tag. Elektra Direkt. Jetzt lassen wir's richtig knallen. Die neuen Schlümpfe-Hits sind da. Die Schlümpfe-Jetzt-Kleif. Ab sofort im Handel auf CD und Kassette. Köstritzer. Das Schwarze mit der Blonden Seele. Hallo? Was machst du gerade? Wieso? Ich hab Sehnsucht nach dir. Ich auch. Aber du kommst ja erst morgen. Ich ess jetzt eiskalt deine Lieblingskirschen. Ohne mich? Schön kühl. Mon Cherie. Eiskalt genießen. Wie schade, dass du nicht da bist. Sonst könnten wir miteinander... Kirschen essen? ...kirschchen essen? Mon Cherie mit der Piermundkirsche. Gut miteinander Kirschen essen. Der erste Kinderwagen mit Chauffeur. Und jetzt mit 3.000 Mark Preisvorteil beim Kauf eines Citroën Berlingo Ocean. Das RTL-Album-Highlight. Jetzt Ace of Base mit Singles of the 90s. All that you want is another baby. Yeah. Eyes for the sign. C'est la vie, c'est la vie on the road tonight. Ace of Base. Das RTL-Album-Highlight. Am Dienstagabend bei RTL. Um 20.15 Uhr Medicopter 117. Ein Vater dreht durch. Dann gehen wir ihm alle drauf. Um 21.15 Uhr die Cleveren. Ein fanatischer Schachspieler mordet nach Plan. Ich habe nicht verloren und ich werde nicht verlieren. Um 22.15 Uhr Quincy. Abgerichtete Wachrunde geraten außer Kontrolle. Action und Hochspannung am Dienstagabend ab 20.15 Uhr bei RTL. Die Millennium-Woche bei RTL. Nominiert für 13 Emmys. Peter O'Toole. Jacqueline Bisset. Oscar-Preisträger Maximilian Schell. Oscar-Preisträgerin Olympia Bukakis. Oscar-Preisträgerin Shirley MacLean. Und Lili Zobjeski. Was habe ich Böses getan? Was habe ich Böses getan? Jeanne d'Arc. Das TV-Event des Jahres. Nächsten Sonntag und Montag. 20.15 Uhr. Nur bei RTL. Jam, Leber. Mann, oh Mann. Könne ich mich glatt dran gewöhnen.